Gondi, den 1 Euro Alter Welcher wohin Hä Hallo Leute, damit herzlich Willkommen zu einem Video von mir Da sich viele von euch gewünscht haben, dass ich mit einem Hack Beim Streamer die Klopfgeräusche abspiele Die sich ziemlich realistisch anhören Dachte ich mir so, okay, warum nicht, machen wir es mal Bevor ich das vergesse, bei mir liegt zuhause Eine 50 Euro Amazon Gutscheinkarte Mit der weiß ich grad nichts anzufangen Und deshalb verlose ich sie an euch Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr diesen Kanal abonnieren Auf die Glocke drücken Das Video positiv bewerten und in die Kommentare schreiben Was ihr mit dieser 50 Euro Karte bei Amazon kaufen wollt Das Mini-Gewinnspiel geht bis zum 1. Januar und ist ab da nicht mehr gültig Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video Hallo Leute und damit herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir mit dabei, ist der Alter Beule, hallo Heute werden wir einen Streamer trollen, der unter anderem Ein sehr, sehr guter Programmierer ist Link zu seinem Youtube Kanal in der Beschreibung Also der macht ab und zu mal Streams, wo er programmiert Und von dem kann man echt viel lernen Ja was werden wir heute machen Wir werden bei dem heute Klopfsounds abspielen Die sich ziemlich realistisch anhören Also er wird denken, dass in seinem Zimmer Irgendwo geklopft wird Und wenn wir Glück haben wird er aufstehen Und sich umschauen Die Klopfsounds sind natürlich ebenso In der Beschreibung Okay, ich mache dann jetzt das Ganze mal an Und dann würde ich sagen, legen wir los Ne? Ja Also ich denke, er wird richtig ausrasten auf jeden Fall, oder? Ja wird er Und ich habe was vergessen zu sagen, das war ein Tipp von deinem Zuschauer Viel, viel Dank nochmal an der Stelle Es wäre ganz, ganz cool, wenn ihr mir weitere Ideen in die Kommentare schreiben könntet Eventuell vielleicht noch ein paar Namen von irgendwelchen Streamern Bei denen ich das auch machen soll Joa, ich fange jetzt mal an Ich kopiere mir jetzt seinen Tipp-Stream-Link Und mache jetzt hier erstmal ein paar geheime Sachen Gar nicht aufgefallen Ja man Es funktioniert, Moment Oh nein, Skeleth verpiesst dich Okay, leise Machen wir die Decke auch aus Fichtenholzbretter? Ich würde auch Fichte sagen, oder? Jetzt habe ich schon hingekrabt, das ist Pech Okay, dann machen wir mal Fichte Oder? Ja, machen wir auch Fichte, ja alles gut Weiß noch Kann man ja später nochmal ändern Verklickt Oh Gott Schneemann Hat mir Gönn dir den 9 Euro Danke, danke Schneemann Da war ich jetzt nicht mehr drauf gefasst, dass das jetzt noch kommt Gönn dir den 1 Euro Alter Welcher wohin Hä? Oh Mann Du Arsch Irgendein Arsch schmult mich gerade Weil ich gerade bei Hä? Warum wird mir eine Animation jetzt abgespielt? Ich habe das doch nicht ab einem Euro gemacht Ich höre halt die ganze alte Klopfe auf meine Ohren Ich habe das eigentlich ab 3 Euro gemacht Alter 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 Ich habe das nicht mehr zu sagen, ob du das wirklich hast Ähhh Oh Du hast es eigentlich erst ab 3 Euro gemacht Bist du über dich verwirrt? Bist du über dich verwirrt? Alter Ähm Ja die Faklen platzierst du wieder Ja Hat man gerade Garkolim Du wurdest getrolt Darf ich den streamen im nächsten Video verwenden? Ja Darfst du Garkolim Weil du es bist Aber wirklich Halt Garkolim mich getrolt Okay Danke Danke Aber danke für die neue